Zuerst schlagen wir das Bindegarn an. Und bei einer guten Fliege wird direkt darauf geachtet, dass das Bindegarn von vorne nach hinten als Unterwickel der Bindfaden wird bis zum Ende des Hakenschenkels gewickelt, dort wo der Hakenbogen beginnt. Dann schneiden wir aus einem Kaninchenfellstreifen ein Stückchen heraus. Das werden wir gleich als Schwanz einbinden. Dann schlagen wir dieses Stückchen Kaninchenfell ein. Was übersteht, wird abgeschnitten. Damit die Fliege später sinkt, wickeln wir jetzt einen Bleifaden hinzu. Dieser Bleifaden wird in sauberen Wickelungen nach vorne gelegt, damit die Fliege später beim Einstreppen kopfüber nach unten taucht. Dann fixieren wir den Bleidraht, den Wickeldraht, auf dem Hakenschenkel. Jetzt können wir das Dubbing-Material anschlagen und schön nach hinten einwickeln, weil die Wickelungen beginnen. Jetzt wird der Faden wieder nach vorne gelegt. Den Faden haben wir jetzt nach vorne gelegt und nun können wir mit den Wicklungen des Dubbing-Materials beginnen. Dann wird der Rest des Dubbing-Fadens angeschlagen, sodass sich da nichts mehr lösen kann. Und was übersteht, wird abgeschnitten. So, unser Schwänzchen ist fertig. Auch der Körper ist eingebunden und fertig. Und man sollte darauf achten, dass der Körper schön wie ein Körper geformt zusammenläuft. Hinten und vorne ist er dünn, in der Mitte wird er etwas dicker. Jetzt entnehmen wir aus Reha ein Segment heraus. Da werden wir gleich das Deckhaar für die Fliege rausfassen. Das Reha wird entsprechend zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand genommen, aufgelegt und angeschlagen. Dann mit dem Faden vernünftig fixieren. Das überschüssige Köpfchen wird abgeschnitten. Jetzt wird das Reha nach hinten auf den Körper gelegt und einige Windungen nach hinten gelegt, damit das Reha ordentlich fest ist. Wir entnehmen jetzt dem Skalp, das ist ein ganz normaler Hahnhechelskalp, der ist eingefärbt grünlich, entnehmen wir eine schöne schlanke Feder, bereiten diese, schlagen sie an der Fliege an. Dann nehmen wir eine Hechelklemme und fixieren eine einzelne Feder in dieser Hechelklemme. Dann machen wir eine Wicklung und legen den Bindfaden weiter nach vorne. Jetzt können wir den Hechelkranz schön legen. Wenn wir mit unseren Wicklungen vorne angekommen sind, fixieren wir das Ende mit dem Bindfaden und der Rest wird abgeschnitten. Jetzt bleibt für Sie nicht viel zu sehen, weil ich alles festhalten muss und fixieren muss, damit ich den Kopf formen kann mit dem Bindfaden. So, das Köpfchen ist beformt und wir sind fast fertig, wenn nicht der so wichtige Kopfknoten noch gemacht werden müsste. Wir setzen den Kopfknotenbinder ein, machen einen speziellen Überschlag und wickeln jetzt den längeren Faden viermal um das Bindfaden. Halten die Fliege bzw. die Hechel nach hinten, spannen aus und ziehen jetzt nach unten hin stramm. Dann schneiden wir das Fädchen ab und unsere Fliege ist bis auf einen Tropfen Lack auf dem Kopf fertig. So sieht sie also aus, unsere grüne Mamba, die Fliege mit Fanggarantie. Und da unser Zielfisch die Lachsforellen im Quellengrott sind, binde ich die grüne Mamba immer auf Hakengröße 6 und 8 und fische nicht unter einer 18er Vorfachspitze. und das Zielfisch und das Zielfisch die Fliege mit